Ja, hallo, wir werden hier oben ein bisschen reden mit den offiziellen Vertretern von Kassel, Thomas Flügge vom Magistrat und mit der verkehrspolitischen Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Hessen, Karin Müller und mit Norbert Sprachke, dem Ortsvorsteher von Wehleiden, der auch ein bisschen was über diese Örtlichkeit noch erzählt. Aber ich stelle jetzt das Mikrofon ab, oder? Soll ich es doch dran lassen? Ja, bitte, dann lasse ich es dran. Also 20 Jahre Stadtauto. Ich wollte es ja selber nicht so richtig glauben, dass wir tatsächlich schon so alt sind, aber ich habe mir dann nochmal die Gewerbeanmeldung durchgelesen und das war tatsächlich der 15. August 1991. Wir waren hier in Kassel, einer der ersten Organisationen, die nach der Gründeorganisation in Berlin, die hatte sich auch ein bisschen aus der La Menge heraus entwickelt. Das war eine Hausgemeinschaft, die zwei Autos hatten und aber irgendwie nicht damit klargekommen sind, mit so Geschichten wie wer kriegt wann das Auto, wie wird abgerechnet und nach Zeit und Kilometer, wie sauber ist es, habe ich rund um die Uhr Zugriff und was ist, wenn das Auto nicht da ist. Und dieses Regelsystem, das kennen ja die meisten von euch, das führt natürlich dazu, dass die Regeln auch tatsächlich eingehalten werden. Ohne das wird es nicht funktionieren. Wir haben ja auch von den GbR-Mitgliedern, wir waren fünf Leute am Anfang, die die Firma gegründet haben, ist auch der Peter Hansen hier. Und ansonsten sind wir hier ein bisschen grünlastig, aber von den Vertretern hier, ich bin ja selber Mitglied bei den Grünen und da möchte ich halt auch nochmal die Geschichte erzählen von der ersten Idee, die war nämlich schon vor Berlin 1987 und zwar war das eine Diskussion in der Arbeitsgruppe Wirtschaft von den Grünen, da gibt es ja auch immer die ÖPNV und Fahrradfreaks, die total gegen das Auto fahren sind und ich habe gesagt, das geht nicht. Es gibt immer Situationen, wo wir ab und zu mal ein Auto brauchen, wenn man mal schnell irgendwo hin muss, um einen Notfall zu machen. Aber die meisten Anwendungen sind tatsächlich Einkaufsfahrten, Transportfahrten, Besuche im Umland und Ausflugsfahrten. Und wenn man erstmal wieder ein Auto hat, wenn man sich frustriert war, denn gewöhnt man sich wieder dran und das ganze Umstellungsprozess, was man vorher gemacht hat, ist wieder weg. Also wir brauchen Startauto für die Stabilisierung des wenig Autofahrungsverhaltens. Aber nochmal zu der Idee. Aus dieser Diskussion ist es zuerst entstanden, wie machen wir Schlüssel über Gare und sowas. Und wie gesagt, allein nur mit Fahrradfahren und Autofahren geht es für die allermeisten nicht. Wir haben ja ein Beispiel, die Karin Müller, die hat zwar einen Führerschein, aber sie fährt nur Fahrrad und öffentlichen Verkehr, ist also nicht möglich bei uns. Aber wie gesagt, selbst wenn man nicht selber fahren will, man kann auch immer jemanden fahren lassen, wenn man daneben sitzt. Da gibt es auch so Geschichten von Vereinen zur Förderung der Autonomiebehinderter, wo wir jetzt auch gesagt haben, die Leute, die nicht fahren können, werden Definitionen, weil sie meinetwegen einfach blind sind, können halt ihre Betreuer oder Freunde fahren lassen und sind in dem Fall genauso unabhängig. Es gibt zwar auch die Taxis für Behindertentransporte, aber man will ja vielleicht noch mal ein bisschen weiter wegfahren, wenn das nicht unbezahlt war. Das ist auch so eine unendliche Geschichte. Der FAB hat ungefähr 15 Jahre gebraucht, bis es tatsächlich mal umgesetzt hat. Da gibt es mehrere Geschichten und da kann ich gleich mal was zur Politik sagen. Unsere größte politische Forderung ist natürlich Stellplätze im öffentlichen Raum. Da muss ich gleich die Stadt Kassel in Schutz nehmen. Weil das ist die Straßenverkehrsordnung und ist ein Bundesrat zustimmigpflichtiges Gesetz. Das heißt, der Bundesrat muss zustimmen, der Bundestag, soweit hatten wir das nach fast 20 Jahren und dann legt der Wirtschaftsminister ein Veto ein und jetzt hängt es wieder. Aber wir sind zuversichtlich, das in den nächsten ein, zwei Jahren hinzukriegen. Wir haben da ein Beispiel aus London, die das seit fünf Jahren hingekriegt haben. Das wären einfach Karschenplätze an öffentlichen Plätzen, die auch, die Plätze müssen ja auch nicht im Hinterhof sein, wie das bei uns teilweise der Fall ist, sondern die müssen sichtbar sein im öffentlichen Raum. Da werden auch mehr Leute mitgeben. Da boomt es regelrecht, weil diese Plätze sichtbar sind. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit Kassel, weil dort ist der Parkdruck auch einfach höher und die haben auch den Sonderrechte gegenüber dem Privatbesitz beim Autofahren. Aber das ist natürlich eine zentrale Forderung, wie das Konzept noch weiter nach vorne gebracht werden kann. Des Weiteren, was die Stadt Kassel machen könnte, ist zum Beispiel einfach mal Mitglied werden. Zumindest einzelne Abteilungen. Da sind wir mit manchen Abteilungen auch schon seit über zehn Jahren zu Gange. Das ist teilweise wirklich dicke Bretter worden, was wir hier machen. Und ja, ich hoffe, dass man damit auch ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Es ist ja insgesamt sehr viel Bewegung, auch in der Karschenren-Konzeptentwicklung insgesamt. Es gibt das K2Go-Konzept von Daimler-Wenz. Da steigen jetzt also auch größere Firmen ein. Das ist aber mehr was für Einwegfahrten und so weiter. Aber Elektrofahrten auf Fahrzeuge werden demnächst auch nochmal ein Thema sein. Das kann aber immer noch ein begrenzter Zeitraum erst mal sein. Aber da kann ich jetzt nicht weiter zu sagen. Ich übergebe jetzt mal an Thomas Flügge, der sagt mal was aus Sicht der Stadt dazu. Ja, lieber Walter Köhler, liebe Gründer, Freunde und Gäste von Stadt Abo Kassel. Zum 20-Jährigen bestehen darf ich im Namen von Oberbürgermeister Bertram Milgen von des Magistrats der Stadt Kassel die besten Grüße überbringen. Und deine Forderung überbringe ich dann zurück an den Magistrat und den Oberbürgermeister, ob sie nicht beklickt werden können. Die Grüße übermittle ich doppelt gern. Erstens, weil ich Walter schon lange persönlich kenne und schätze. Und zweitens, weil es eine gute unternehmerische Idee ist, die zweitens auch für die Umwelt ein Plus ist. Weil Menschen dank dieser Idee bewusst nur dann ein Auto nehmen, wenn es anders nicht geht. Und das ist auch gerade für unsere Innenstadt sehr positiv. Jeder Gemeinschaftswagen ersetzt geschätzt acht Privatautos. Dazu herzliche Glückwünsche. Und meine Damen und Herren, mit dieser sozusagen doppelten Gratulation möchte ich auch weiter machen. Es ist die Zeitspanne von zwei Jahrzehnten, die mich zu dieser Sicht der Dinge bringt. 20 Jahre Carsharing mit Stadt Abo in Kassel. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass Kassel mit diesem Projekt in Deutschland ganz formelt dabei war. Walter hat es eben schon erzählt, nur Berlin war schneller. 20 Jahre sind aber wiederum noch wenig angesichts einer Idee, die immer noch frisch ist und jung ist und bestimmt noch lange Kreise ziehen wird. Als Walter sich damals die Idee des Gemeinschaftsbautos zu eigen machte, war das Skepsis zunächst noch groß. Aufs eigene Auto zu verzichten, war zwar damals schon ein moderner Gedanke, aber wie sollte man das im Alltag umsetzen? Dass das Regelwerk auch heute noch kompliziert ist, hat Walter eben auch schon, oder nicht kompliziert, aber zu Schwierigkeiten aber zugeführt, hat er ausgeführt, aber diese Skepsis hat er halt überwunden. Walter war derjenige, der am konkretesten wurde. Und mit hohem persönlichen Einsatz einen Anlauf unternahm. Als gut zu einer ersten Informationsveranstaltung einglust, folgten mehr als 60 Bürger der Einladung. Das war die Initialzündung, und heute sind viel, viel mehr Menschen Feuer und Flamme für der Stadtautos. 1.600 Mitglieder und 60 Autos auf 40 Stellplätzen stadtweit sind stolze Zahlen, die belegen, dass dieses Projekt nicht nur in Kassel angekommen ist, sondern die Erwartungen bei Weitem übertroffen hat. Und auch die ganzen individuellen Bedürfnisse können mittlerweile befriedet werden. Sowohl vom Fahrzeugtyp her, als auch vom Platz, sowohl die Ausflugspfad als auch der Umzug können in einem Stadtauto bewältigt werden. Und wenn ich auf die nähere Zukunft schaue, dann ist mir um die Idee des Carsharinges nicht lange. Der Umweltgedanke wird sicherlich nicht schwächer werden. Viele Menschen werden aus diesem Grund nach Möglichkeit suchen, in ihrem persönlichen Umfeld den Ressourcenverbrauch zu senken. Hinzu kommt, dass man auch angesichts des Ausbaus des öffentlichen Personalverkehrs in Kassel aufs Autofahren, wenn zwar nicht immer, so doch immer öfter verzichten kann. Und dann ist natürlich das Auto als Kostenfaktor zu bedenken. Viele können oder wollen sich ein eigenes Auto nicht leisten, und dann ist das Carsharing eine sehr gute Alternative. Deshalb denke ich, dass hier noch viel mehr Menschen in den kommenden Jahren diese Möglichkeit zu eigen machen werden. Liebe Freunde von Stadtauto, Walter und den Gründungsmitgliedern danke ich daher für die Realisierung einer guten Idee für guten Kundenservice, der den Erfolg erst möglich gemacht hat. Den Gründungsmitgliedern und Initiatoren, davon werden wir jetzt im Anschluss nie mehr hören oder sowas eigentlich gedacht, du wärst bestimmt noch das ein oder andere erzählen, gratuliere ich, dass es aus ihrer Vision Wirklichkeit wurde. Dir, lieber Walter, wünsche ich weiterhin den unternehmerischen Erfolg und Persönlichkeit ist gut. Danke. Hallo, also ich stehe mich mal andersrum hin, damit ihr euch auch mal was sehen könnt am Redner. Darf Stadtauto ganz herzlich in Wehlheiten begrüßen. Freue mich sehr, dass Wehlheiten, der Ort ist, an dem Stadtauto seinen Geburtstag feiert. Auch deswegen, weil Stadtauto ja durchaus auch eine Wählheitergründung ist, weil Walter ist ja ein Wählheiter gewächst sozusagen. Und in Wehlheiten wurde das schon vor der Gründung von Stadtauto diskutiert. Ich kenne Walter, der ist schon relativ lang. Er war ja immer der Letzte auf der grünen Ortsbeiratsliste, aber in dieser Frage halt der Erste, was Stadtauto und alternative Verkehrskonzepte betrifft. Also herzlichen Glückwunsch an dich, Walter, und natürlich auch an alle anderen Mitglieder und Nutzer von Stadtauto. Ich weiß, was es bedeutet, einen alternativen Betrieb über 20 Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. Ich komme ja selbst aus einem alternativen Betrieb, der jetzt nicht den Betrieb, der dieses Jahr 36 werden wird. Wir werden hoffentlich 2015 auch noch eine größere Feier haben. Ich erzähle euch nachher, was es beim Betrieb ist. Ich darf euch auch deswegen in Wehlheiten ganz herzlich begrüßen, weil ihr diesen Ort hier ausgesucht habt für eure Geburtstagsfeier, weil das den nächsten oder im Beginn auch schon ein alternativer Betrieb ist. Das ist ja früher der Ort gewesen, an dem der Bauernhof der Familie Kersten gestanden hat, die lange Zeit auch die Bürgermeister von Wehlheiten gestellt haben. Um 1900 ist dieser Bauernhof verkauft worden, an einer vermiedliche Spor. Deswegen hat sich der Städte hier auch nebenan Spors Bürgerschenke, die hier dieses ganze Gelände durchspielt haben. Die hatten dort das Haus. Die Städte hier war dann ursprünglich der Schreinestall des Bauernhofs von Kersten, aber dann eine Schreinerei. Das ist dann im Laufe der letzten Jahrzehnte etwas weniger benutzt worden und dann schwieriger geworden wird, das muss man so sagen. Wer sich die Bilder dort in der Galerie angeguckt hat, was den Zustand dieses Gebäudes betrifft, der weiß, wo ist Herr Steiner? Dort hinten, das ist der jetzige Eigentümer, was der in dem letzten Jahr geleistet hat. Das wird also demnächst ein alternatives Wohnprojekt werden, wenn alles so richtig zurechtgerückt ist. Das passt ja dann auch gut hier das alternative Immobilien. Dort hier als Geburtstagskind das alternative Immobilien. So, das Wetter ist gut. Ich will das also nicht so lange ausdehnen. Meine Bitte, Herr Steiner wird sicherlich nachher noch hier eine kurze Führung anbieten, und wer sich dafür interessiert, nebenan ist die Galerie, hier gibt es ein alternatives Wohnprojekt. Lasst euch das dann im Zusammenhang oder Sie gut zählen. Ich alle hier eine kurze Führung, damit dieses Wohn- und Kunstprojekt sich auch in kurzer Weile mal angeschaut werden kann. Bei Altem haben wir herzlichen Glückwunsch an dich und an das Stadtauto und macht weiter so. Ja, lieber Walter, liebes Gründungsmodell, es ist ja leider nur eins da, liebe Geburtstagsgäste, auch von den Grünen, sowohl auf Stadtebene als auch auf Landesebene, alles Gute zu dem 20-jährigen Geburtstag. Du hast ja schon gesagt, es ist ziemlich grünlastig hier. Die Grünen sind vor 30 Jahren gegründet worden. Dann hat man zehn Jahre über die Verkehrswende geredet, und Walter hat angefangen, sie umzusetzen. Deswegen würde ich sagen, ein Stadtauto ist so etwas wie eine Ausgründung der Grünen. Das ist eine beachtliche Leistung, weil Ausgründungen müssen sich erst mal am Markt etablieren, und ob sie sich denn halten, ist fraglich. Ihr und ihr habt euch gehalten, und ich glaube, im Moment kriegt ihr Aufwind von allen Seiten. Du hast es angesprochen, Elektroverkehr, Elektromobilität sehen wir Grün ein bisschen kritisch, aber ich glaube, es ist zwar eine Chance, dass bohren dicker Bretter in der Politik, 20 Jahre, um es hinzubekommen, dass Stellplätze ausgewiesen werden können, gleich wie Taxis, könnte jetzt Wirklichkeit werden. Denn die Bundesregierung unterstützt Elektromobilität, und eine Idee dazu ist natürlich auch, mit Carsharing zu verbinden, und Stellplätze für Elektroautos, und dann auch natürlich gleichberechtigt, die anderen Autos als Carsharing-Plätze auszuweisen. Ich weiß, das ist eine lange Forderung von dir, auch Hinweisschilder auf die Parkplätze. Eine weitere Forderung ist, dass man gar nicht mehr buchen muss, sondern einfach hingehen kann. Also das ist auch so ein cooles Projekt, was sich irgendwann umsetzt, denke ich, eine Mobilitätskarte für alles zu haben, um Carsharing als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs zu begreifen. Also ich habe eine Karte, kann da mit ÖPNV fahren, kann da mit meinem Carsharing-Auto ausleihen, kann mir das Fahrrad ausleihen. Also da gibt es noch einiges zu tun. Und ja, warum Verkehrswende, warum ist Carsharing so wichtig? Auch das ist schon gesagt worden. Ein Auto und Carsharing ersetzt acht weitere. Also das ist eine Frage von Flächenverbrauch, aber auch CO2, Klimaschutz, die Diskussion um Peak Oil, all das kennen wir. Und wenn wir die Ziele des IPCCC erreichen wollen, dann müssen wir CO2 mindern. Und da ist Carsharing eine von vielen Möglichkeiten, die sehr effektiv ist. Und ja, Zahlen belegen es immer wieder. Die Autos sind eigentlich keine fahrenden Autos, sondern Stehautos. Im Schnitt steht das Auto 20 bis 22 Stunden am Tag und ist nur zwei Stunden in Bewegung. Und da ist Carsharing einfach die beste Möglichkeit, es effektiv zu nutzen. Und ich glaube, da gibt es halt noch viel zu tun. Und du hast es auch schon gesagt, andere haben das Thema Carsharing auch entdeckt. Mercedes, aber auch BMW sehen jetzt, dass es mit dem Auto sozusagen nicht mehr bergauf, sondern zumindest hier bergab geht. Junge Leute kriegen eine andere Einstellung. Die Studie Mobilität in Deutschland hat herausgefunden, dass Jugendliche sich mehr für ihren Laptop und ihr iPhone interessieren, als für das Auto. Also das Auto verliert einfach an Status. Ja, also es ist tatsächlich so. Benutzen statt Besitzen ist das Motto. Und du hast auch gesagt, ich habe kein Auto und ich fühle mich dadurch eigentlich befreit. Ich muss mich nicht darum kümmern. Also ich hatte mal ein Auto, damit es vollgetankt ist, dass ich den Parkplatz suche, dass ich zum TÜV muss, dass der Ölwechsel gemacht werden muss. All solche lästige Dinge habe ich einfach nicht. Und wenn ich als bräuchte, würde ich natürlich mit viel bei Carsharing werden, weil dann habe ich diese Dinge auch nicht. Aber ich denke, jetzt ist auch genug geredet. Ich wünsche dir noch viel Kraft und viel gute Ideen für die nächsten 20 Jahre. Also viel ist ja angesprochen worden. Und ja, auch die Konkurrenz ist ja was, was das Geschäft belebt. Und je mehr Konkurrenz, desto mehr Kunden kriegt auch weiter. Also herzlichen Glückwunsch nochmal von uns. Und jetzt ist, glaube ich, erstmal ein bisschen Pause zum Schwatzen. Und ab 18 Uhr gibt es dann wieder Musik. Vielen Dank.